Mein Name ist Karl Bär. Ich bin Referent für Agrar- und Handelspolitik beim Umweltinstitut München und kümmere mich dort vor allem um Pestizide. In Südtirol stehe ich wegen meiner Kritik am Pestizideinsatz im Obstbau vor Gericht. Ich bin heute in Ruhr in Niederbayern auf einer Streuobstwiese, die zum Biohof Stöckel gehört und wir schauen uns hier an, wie ein Obstbau ganz ohne Pestizide funktionieren kann mit schönen Hochstamm-Obstbäumen. Wir sind die Familie Stöckel, Georg und Marianne Stöckel, Bioland Streuobstbauer. Unser Betrieb ist seit 2000 umgestellt auf Öko und schwerpunktmäßig ausgerichtet auf den Anbau, die Verarbeitung und die Vermarktung von Streuobst überwiegend Äpfel. Von den Äpfeln haben wir ungefähr 70 bis 80 verschiedene Sorten. Streuobstwiesen sind ein wichtiger traditioneller Bestandteil der Kulturlandschaft, die eine sehr hohe Biodiversität haben. Streuobstwiesen sind halt ziemlich selten worden in unserer ausgeräumten Agrarlandschaft und die bieten halt für viele Tier- und Pflanzenarten noch eine Chance, sich vermehren zu können, dass die Lebensmöglichkeit haben, dass Brutmöglichkeiten haben, dass Nahrungsangebot haben. Es wird nichts gespritzt, wir haben auch keinen chemisch-synthetischen Pflanzenschutz. Darum fühlen die Tiere bei uns da der Wohl. Wichtige Insektenart bei uns da ist die Biene. Die brauchen wir zum Bestäuben jetzt gerade, wenn die Blüte ist. Eine Streuobstwiese ist immer auch ein Biotop. Die wird normalerweise auch im Zusammenhang mit zum Beispiel Naturschutzprojekten oder Bildungsprojekten oder auch staatlichen Fördermitteln gemacht. Streuobstwiesen sind ja auch so definiert, dass man da in aller Regel keine Pestizide einsetzt. Also keine Dressermittel, keine Pilzmittel, keine Insektengifte. Das ist hier ein absolutes Biodiversitätsparadies, so eine Streuobstwiese. Pestizide sind eine Gefahr für die Umwelt und für die Menschen. Das ist erst einmal so, dass mit den ganzen Mitteln, die ich einsetze, ich ja nicht nur Schädlinge töte, sondern immer auch Nützlinge. Wir haben selber als Umweltinstitut in den letzten Jahren mehrere Messungen gemacht in der Schweiz, in Italien und in Deutschland und festgestellt, dass diese Stoffe eigentlich nicht kontrollierbar sind, weil sie sich über die Luft verbreiten. Das bedeutet, dass wir alle eigentlich immer wieder einem ganzen Cocktail von verschiedenen Schadstoffen über die Luft aufgesetzt sind und wir haben ganz am Ende Rückstände von diesen Mitteln auch in den Lebensmitteln, die verkauft werden in Supermärkten. Da hilft nicht einmal Waschen in jedem Fall etwas, weil manche von diesen Stoffen wirklich auch in der Frucht, in der Schale mit drin sind. Und wenn ich im Supermarkt Äpfel kaufe, dann habe ich oft eine geringe Zahl von Sorten, Gala und Golden Delicious und so, Pink Lady. Das sind zum Teil auch ganz stark kommerzialisierte, auch lizenzierte Sorten, die alle eng miteinander verwandt sind und die alle hoch anfällig sind für eine ganze Menge von Pilzerkrankungen. Also wir pflanzen eigentlich ausschließlich Sorten, die von ihrer Genetik her robust sind, wenig anfällig sind. Das ist auch eine Erhaltungsmaßnahme. Wir sind für die Zukunft darauf angewiesen, dass wir den Genpool von unseren Kulturpflanzen erhalten, weil wir damit weiter züchten können. Verschiedene Sorten, das macht dann auch die Wiesen resilienter, also die werden dann nicht vom gleichen Schädling befallen. Und wenn ich hier so eine Streuobstwiese habe, auf der andere Sorten wachsen, auf stabilen, gut ausgebildeten Bäumen, dann sind die nicht so anfällig für diese Pilzerkrankungen. Und deswegen besteht hier kein großes Problem mit Mehltau oder Schorf, obwohl keine Fungizide gespritzt werden. Und das führt aber dann trotzdem dazu, dass die Äpfel nicht so schön sind, wie die, die ich im Supermarkt normalerweise kaufen kann. Der hat halt einmal da ein Tüpfel oder da ein Fleckerl. Aber das ist nicht ausschlaggebend für die Qualität des Produkts. Vielleicht ist das sogar ein positives Qualitätsmerkmal, wenn man ab und zu einen kleinen Schorffleck auf den Äpfeln sieht. Und da muss auch der Konsument oder die Konsumentin daran arbeiten, nicht immer das schönste Produkt zu kaufen. Wenn ich eine Blindverkostung machen würde, würden die hier wahrscheinlich besser schmecken, als die die perfekt ausschauen. Die alten Appelsorten, die haben halt so einen einzigartigen Geschmack, den man in den neuen Züchtungen nicht mehr findet. Da schmeckt nicht jeder so ziemlich gleich, sondern ist jeder einzigartig. Einer hat mehr Süße, der andere mehr Säure oder so ein ausgewogenes Verhältnis. Eigentlich hat ja diese Vielfalt noch einen weiteren Vorteil, nämlich dass die Vielfalt auch beim Konsumenten ankommt. Und dass ich hier von so einem Betrieb Äpfel kaufen kann, die ich im Supermarkt nicht bekommen würde. Das ist eine Bandbreite an Geschmacksfülle und das ist halt, finde ich, bei den alten Apfelsorten einzigartig. Ich habe den Vorteil, dass ich mehr Geschmacksvielfalt habe und ich habe den Vorteil, dass ich ein sicheres Produkt habe, auf dem keine Pestizidrückstände drauf sind. Und es sollte mir das wert sein, dass der Apfel nicht so perfekt ausschaut. Es gibt Charakterköpfe und es gibt Äpfel mit Charakter. Ich habe das Gefühl, das ist ein Verhältnis, das ist ein Verhältnis. Vielen Dank.